Händler sind nie geplagt. Händler haben Geld. Und es ist ein Handelszug. Ich danke euch, Mr. Ritter. Und, habt ihr mit der Tür die Grenze zu pausieren? Das sind mit Sicherheit friedliche Leute. Ich habe mir gedacht, dass man für unsere Region unbedingt was tun sollte. Im Aspekt gibt es noch keinen Zoll. Ich glaube, damals war es so wie heute. Viel zu viel stand. Wir werden heute verdienen. Bist du zu müde? Nein. Wir haben wirklich nur die härtesten in unserem Zukunft. Kräftig gefeiert. Bis früh um fünf. Ja, bist du wahnsinnig! Ja, ich bin der Hoffnung, dass ich durchleite. Außerdem ist ein Rotkreuzwagen dabei. Da kommt, geht's! Ich bin der Tod. Weiter, weiter, weiter! Wir. Gott, eure Dank! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020